Er dreht sich. Oh, Gott. Und er ist wieder runter. Und weg ist er. Okay. Auf dem Weg zum dritten Totenschädel waren wir gerade und den haben wir irgendwo verloren. Oder du, eher gesagt. Jupp. Wollten wir gerade hier lang und wie man sieht, ist seit dem Platz hier in der Zweischädel... Nanu, das Licht ist wieder an. Wie ist das Licht wieder an? Das ist eine Farbe. Na gut, dann gehen wir mal hier weiter, denn... Ich hab rein gar keine Ahnung. Ich glaub, ich kann... Ich weiß, glaub ich, noch, wo der Schädel gebiegen ist. Und zwar... Wow, okay. Ja, hier ist er, hier ist er. Hier unten in der Ecke der... Wow, da war schon wieder der Geist. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Ich hab vergessen, wo geht's denn jetzt zu den ganzen... Ich glaub, wir müssen sogar hier hinten lang springen. Ja, wir müssen hier hinten lang. Ich hoffe mal. Hier passiert nichts. Oh Gott. Licht ausgefallen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Taschenmappe spinnt jetzt auch schon rum. Oh ja, hier ist er. So. Ich trau dem Blödsinn hier nicht. So. Hier haben wir einen schönen Fabrik-Bug, aber egal. So, Totenkopf, du folgst mir jetzt. Ui. So, ich weiß jetzt rein gar nicht, was jetzt passiert. Wir haben alle drei Totenköpfe beisammen. Und wie ich grad sehe, haben die Leute alle drei Altäre zerstört. Was für komische Menschen. Das heißt, wir wissen nicht, was jetzt passieren wird. Obwohl ich alle drei Schädel hierher gemacht hab. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Oh. Mission complete. Ja, mission complete oder mission failed. Wird eher gesagt, weil nichts passiert. Wir haben alle Schädel vollbracht. Die Map ist beendet. Oh. Das heißt, wir sind gerade den Weg vollkommen umsonst gelaufen. Nur für diesen einen Moment, in dem wir da stehen und nichts passiert. Warte auf mir. Ja, ja. Du kommst schon hinterher. Und wenn nicht? Nein, ich komm nicht hinterher. Bissin doof. Aber das Licht ist ja immer noch auf. Oh, ne. Das Licht ist wieder an. Gut, dann geistern wir jetzt nochmal kurz zurück zum Spawn. Gucken, was uns da noch alles so mitnimmt. Weißt du, wenn du es um Spawn geht? Ich kenne mich ja immer noch nicht aus, obwohl ich hier die ganze Zeit mitgebracht hab. Wow, fuck, man. Ah, Gott. Ghost, Ghost. Komm, renn, renn. Ja, ich renn ja schon. Und beim Spawn ist das Ende von Ghost Hunt 2. Ich glaube, wir beide werden noch in den nächsten Tagen mit Ghost Hunt 1 anfangen. Und zwar die Map 1 haben wir noch gar nicht gespielt. Die soll sogar noch bürsartiger sein, wie diese hier. Und er ist gestolpert. Das ist ja echt unglaublich. Ja, hier haben wir eine tolle Kamera. Hier nochmal winken für die Kamera. Wo bist denn du? Da. Da, dann sieht man dich. Winken für die Kamera. So, jetzt winken wir beide nochmal. Und was denn mit Ghost Hunt ist so weit? Ghost Hunt 1 folgt so weit. Okay, und jetzt ein Abschieds-Tot. Bin gewinnt. Bin oben 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 oben, oben 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 Ha 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 ha